Musik Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Mal Splatoon. Der Part 3 ist es schon und wir sind immer noch im gleichen Kampf wie in Part 2. Also immer noch im gleichen, ja, ne gleiche Gruppe, so kann man es richtig ausdrücken. Und wir sind diesmal mit Verudo und einem Team, das freut mich doch, denn der ist echt schon fast nur übermacht. Keine Ahnung, wieso der so gut ist und vor allem, wieso der ne Erbe, äh, G-Hard, verstehe ich nicht. Weil eigentlich kann man die erst irgendwie, keine Ahnung, ab 16 bekommen oder ist das ne aufgemonderte Waffe? Weil das wird's natürlich erklären. Ach du Scheiße! Alle hier mit den Kleckskonzentratoren? Nein, Alter! Äh, das ist einfach unfassbar. Man kann nichts dagegen machen. Ja komm, Weron, du hast du, hast du vielleicht ne stärkere Waffe, dann geh mal vor. Ich komm hier nämlich, das Schöne ist, ich hab halt durch Tintenwischen, ja, kann ich mich ungesehen bewegen. Was hält ich das schöne Scheißendreck? Also wenn ich in meiner eigenen Tinte bin. Ähm, Inferno, perfekt, dann kann ich hier abtauchen. Also dann kann ich hier... Fuck. Scheiße, ich hab mich verdrückt, nein, ich hab mich verdrückt, nein! Oh, fuu! Hahaha, Alter! Drei Leute auf einem Haufen. Ne, da hab ich keine Chance. Komm, Weron, du mach doch schneller, was soll das? Was machst du denn da? Weil es müsste, keine Ahnung, auf Toilette. Ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette. Vielleicht muss er ja auch auf Toilette. Würde so einiges erklären. Alter, du kleines... Das ist unfassbar. Dann fehlt mir die Tinte, um den genauen richtigen Moment abzupassen. Richtig, bitte. Richtig, bitte. Komm. Das dürfen wir nicht verlieren. Ich muss meine Bilanz beibehalten. Scheiße, kommt wieder von links einer, wieder von rechts. Ne, muss mal nicht. Alter, was geht bei euch ab? Ja, Leute! Was soll ich denn tun? Alter, die immer mit ihrer Scheiße. Keine Ahnung, wieso die so overused sind, diese Zielkonzentratoren. Ja, chill halt mal dein Leben. Kann man das nicht töten? Man kann das... Alter. Komm, Alter. Wieso machst du das denn hier richtig? Oh. Da denke ich mir nur so, Rasmus. Ja, Rasmus, du Lapin. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, was das für eine Scheißrunde war hier. Richtig verkackt. Richtig, nein. Der darf mich nicht kriegen. Ich darf wenigstens kein Kill... Äh, wenigstens kein... Yes, Rasmus, tschüss. Tschüss, Rasmus. Alter, das gibt es nicht, komm, ich muss den, ich muss jetzt ein Grade haben. Nein, muss ich... Das gibt es nicht, nein, schau, zum Glück. Ähm, das müssten wir... Ne, haben wir verloren, denk ich. Haben wir verloren, aber nur knapp, ja, 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 zwei Prozent, ja, knapp zwei Prozent. Bitter, bitter. Echt bitter. Ja, aber Rasmus ist auch Gletscher geworden, deshalb. Ja, keine Ahnung, wie der auf 13 so eine Scheiße, also so geile Sachen bekommen kann. Ähm. Ich glaube, da muss ich wohl nochmal in den Story-Modus. Weil das ist ja echt schon ein bisschen... Kann. Jetzt wäre Rudus noch dabei. Das wäre aber auch scheiße gewesen, wenn der nicht mehr dabei wäre. Komm, jetzt mal Heilbutthafen, Alter. 200 Millionen Mal Dekabahn-Station Heilbutthafen. So, mal gucken, ob irgendjemand was auf Twitter geschrieben hat. Nein. Oh, ich bin so... Ha, ha, ha. Oh, Mann. Heute verraschen mich die Leute aber durchgehend. Endlich mal den Heilbutthafen. Habe ich jetzt erst gecheckt. Ähm. Janik feiert heute seinen Geburtstag nach. Interessant, interessant. Der hat ja am 29. Und nochmal an dieser Stelle alles Gute nachträglich. Nochmal alles Gute nachträglich. Ja, am 29. Ja, hat er Geburtstag. What the fuck? Geh doch weg! Nein! Oh, was ein Lappen. Scheißenreck. Oh, du kleines... Mist, Kind, ey. Guck mal, das hat doch gar keine Tinte mehr. Meine Fresse. Alter, hab ich wenig Punkte. Hab ich so wenig Punkte. Punkte ins Platon, ich weiß nicht, wieso ich keine Punkte bekomme. Alter. Oh, du kacken-noob, du kacken-noob, ey. Mann. Mann. Meine scheiß Gasmaske hier. Leg mich doch, ey. Komm, schwimm doch schneller. Alter, ich kann natürlich Squid Dash machen, aber Squid Dash ist eine Noob-Taktik und vor allem tut sie nach einer Zeit in den Fingern B. Scheiß, nein. Alter, schieß halt noch weiter. Für mich... Hm. Ja, was soll man da tun? Nur Klecks-Konzentratoren. Nicht, nichts zu machen. Ah, echt der Tod in dieser Station. Station? Station. Ja, meine Fresse. Dann passiert da nichts. Ich lach mich tot. Ach so, das ist nur ein Springklauch, so. Ist er weg, ey. Komm, geh doch da hoch. Komm. Daun mit dir, du scheiß Kind, Alter. Geh, einfach sterben. Yes. Yes, geil, 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 geil. Ken, Ben, das läuft richtig gut grad. Das läuft richtig gut. Ah, Mist. Naja, ich hab ihn wenigstens getötet. Aber auch mich, wie der Double Kill. Oder wie der besser, ähm, besser gesagt. Zinkil, oder wie auch immer das heißt. Oder wie auch immer man es nennen mag. Gibt ja kein offiziellen Begriff. Alter, du kleines Noobkind. Stehst da hinten, tust du, als wärst du richtig geil, weil du einen Konzentrator hast. Cool. Cool, my bro. Cool. Richtig cool. Richtig, richtig cool, my bro. Einfach nur unfassbar. Steht er darum, macht nichts. Wenigstens gewonnen, wenigstens gewonnen. Wobei ich diesmal echt gut war. Also ich hab richtig gut Leute abgeschossen. Äh, wie der die Waffe einfach hochwirft und genau richtig fängt. Und wieso bin ich Letzter? Es macht einfach keinen fucking Sinn. Ich schieß jeden ab, färb alles ein. Letzter. 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 Es fuckt einfach so ab. Ich war noch nie erst da in diesem Scheiß. Ah, alter. Komm, Verudo, join. Können wir uns direkt mal anschauen. Irgendwas auf Twitter. Ja, super. Kein Verudo mehr. Cool. Macht's ja noch. Macht's ja noch mehr Spaß. Komm. Besser, besser Snickers. Immer wenn du nicht bist, wirst du nicht, weiß nicht mal. Ich bin heute mit Großfenster schützend. wie er aufgewacht mit großfenster schützend äh ok na dann äh steht noch irgendwas an wegen Splatoon ja stimmt es kommt im Juni ne im Juli kommt so ein General Update mit paar neuen Waffen aber sowieso Waffen wenn ja immer nachgepatcht deshalb alter da will ich den einen treffen kommt dieser andere Lappen das ist so nervig einfach also ich finde ja man sollte den Klecksroller also auch Medusa Klecksroller ein kleines bisschen abschwächen denn es nervt halt schon übelst wenn du keine Ahnung gerade mal irgendwas machst und der Klecksroller kommt halt einfach mit 500 Tempo davor die es nervt halt einfach natürlich sehr langsam aber wenn er nicht von vorne angreift und jetzt nicht unbedingt die Oberwaffe hast das war ja klar klar alter und sie berührt ja cool 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 richtig cool richtig cool ist das nicht steht doch keiner Leute wieso geht ihr denn da nicht vor oh fuck scheiße ich muss mir hier ein kleines Dodge aufbauen alter aufbauen schein kleines noch die fast geschafft und auch nur mit Japanern oder so keine Ahnung was geht bei denen komm jetzt mach mal ein bisschen schneller kann er ja echt nicht angehen jemand kommt keiner zum Glück okay lol was hat das denn für ein Ziel angesteuert hey wieso ist denn hier keiner niemand an der Base Leute also ich meine die zum Beispiel vor einem anderen Team scheiße 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 ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg scheiße scheiße hin hh nein so gefällt mir das so gefällt mir das ich muss hier weg ich muss hier weg die sieben ohr von hinten nötig von ihm nur so alles war Quasto nur der hat so eine langsame dünne Spur wir müssen ein Verloren haben die waren zu großflächig das ist das Problem ich habe versucht die Base bisschen einzustürmen ja verloren bitter 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 wir waren eigentlich besser fand also fand ich jetzt weil ja wir haben ziemlich viel gutes gemacht aber die hatten halt zwei Keks von ein Quasto und dann noch ein Ziel-Dings das ist halt echt schwer dagegen anzukommen ich glaube die Schuhe sind auch nicht die besten weil ich halt keine Bomben habe also ich bin auch so ein bisschen blöd wobei ich hab mir so ich hab mir hier so ein Such-Dings ich könnte ja mal schreiben join mir alle nach hallo boah wenn hier unten das Internet bisschen schneller wäre join mir alle nach Ausrufezeichen Hashtags Platon so ok gut ähm geht aber anstatt so alter wie geil das mit dem rot-grün aussieht es sieht aus wie so eine Erdbeere so ein bisschen genmanipuliert ist ja also ich glaube so nenne ich den paar genmanipulierte Erdbeeren oder so weil es sieht echt komisch aus aber trotzdem geil finde ich es gibt diese keine Ahnung es gibt so was das sieht so ähnlich aus und so wie diese das heißt es geht um na ja trotzdem wird die manipulierte Erdbeeren kann man nicht trotzdem so stehen lassen und was jetzt schon die Musil die Super-Buffet ja okay dann machen wir doch hier nur noch hier einfach rein Alter das ging schnell fuck das Ding muss weg weg da weg da Leute weg da ja geil Bombenhagel Bombenhagel du kleines Lappenkind ey man ich krieg dich irgendwann wenn ich dich kriegen ey irgendwann Boah wieviel Punkt ich einfach mal im Vergleich zu letzten zu den letzten Kämpfen hatte also hab, hatte, hab, haben, werde, nach wie auch immer Puh, von dem ganzen Regen bin ich schon ganz, öh, ange Nein, geh doch weg Alter man sieht gar nichts wenn die Kamera so mega dumm ist was kommt denn das hier überhaupt kommt die Scheiße denn her ja Junge Alter war mal so 15 Millionen Leute von denen was ist mit euch los? dumm oder so? und jetzt auf einmal voll wenig Punkte wieder komm Leute Alter, wieso ey, wieso nehmt ihr eigentlich das nicht mit? das versteh ich nicht das sind doch so geschenkte Punkte ah, der nehmt dir das einfach nicht mit muss auch schon echt doof sein Alter, du yes wenigstens sind wir noch immer in der Schwirbombe getötet sonst hätte ich hier gar nichts raus mitnehmen können oh komm, mach doch mal schneller Alter manchmal geht mir das Splatoon einfach so so what the f? könnt ihr eigentlich vorwarnen? was soll das denn? was soll das? dann steht da einfach gar nichts ja, jetzt haben die eh gewonnen was wollen wir denn dagegen machen? null Chance, sag ich null Chance alter, geh doch mal weg zah, alter diese Klecks, Leute boah wie sie aufregen schnell, alter mich nervt halt, dass man fucking 3 Sekunden zum Respawnen braucht kannst du eigentlich gar nichts machen, allen einfach ja, das war jetzt nicht souverän, aber wir haben uns wenigstens nicht total blamiert wir haben nicht mehr als 600 Punkte doch, 800, ja, aber die haben 1000 oh, Gott war das scheiße Gott war das scheiße einfach also von mir jedenfalls da bin ich nicht letzter oh, Mann okay, Leute da dieser Part aber schon 15 Minuten geht sage ich tschüss, Leute bis zum nächsten Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss, Sikowski tschüss, tschüss tschüss, tschüss